Hallo meine Freunde, jetzt sind wir wieder zurück zum Let's Play mit den FinHubs und ja, es ist nicht mehr das Let's Play mit den FinHubs, sondern wir haben einen neuen Verein. Ich habe beschlossen, das Ganze ja wie schon zuletzt oder die letzten Male auch nicht aufzunehmen, wenn ich den Verein suche, weil es einfach extrem mühsam ist und extrem lange dauert und ich schon damit gerechnet habe, dass ich ein paar Stunden brauchen werde, zwei, drei zumindest, um ein paar Monate im Spiel, um einen neuen Club zu finden. Es ging dann aber doch relativ schnell. Dazu mal so viel, es geht für uns nicht nach England, denn in England hatten wir das Problem, dass sogar die Klubs aus der Vanorama League uns abgesagt haben. Das heißt, dafür hat das Ansehen nicht mal gereicht und das ist ziemlich bitter. Ich habe mir gedacht, was ist mir wichtig? Naja, ich will zum ersten Mal einen Profiklub trainieren, bisher waren es immer nur so semi-professionelle Klubs und hatte dann sogar ein Vorstellungsgespräch bei der SV Ried, also in der österreichischen 2. Liga. Da hat, glaube ich, wirklich dieser U19-Trainerjob geholfen, denn sie haben mich im Vorstellungsgespräch auch auf diesen Job angesprochen und ja, ich habe ihn dann leider nicht bekommen, was richtig schade ist, weil das wäre ein schöner Sprungbrett gewesen für uns. Und ja, ich habe dann aber weitergesucht und habe einen Profiklub gefunden, einen Profiklub, der jetzt sogar international spielt. Dadurch könnt ihr schon mal vermuten, dass es wieder eine kleinere Liga ist. Und ja, wie sage ich es jetzt am besten? Greta Thunberg würde wahrscheinlich sagen, how dare you? Oder how dare you? Weil wir, war der schlecht? Weil wir jetzt tatsächlich zum Rivalen von den Finn Hubs gewechselt sind und zwar zu Derry City. Also eigentlich jetzt kein großer sportlicher Rivale, aber sie sind halt aus der Gegend. Die Finn Hubs ja eigentlich sportlich eher bedeutungslos und Derry eigentlich der größere Klub in der Region und die sind professionell und die wollten uns haben. Und das waren die, die in der Tabelle vor uns sich den Platz geholt haben, um international zu spielen. Und jetzt haben wir dort für ein Jahr unterschrieben, um eben endlich mal einen Profiklub zu trainieren. Und das Ansehen hier von dem Klub sehen wir mal zwei Sterne. Ich weiß gar nicht, was das bei den Harps war. Einen Halbsterne. Und wir sehen auch, dass unser Ansehen schon ein bisschen raufgegangen ist. Also wir haben jetzt einen vollen Stern. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Und das Ansehen hier ist bei 20. Ich glaube, das war bei 15 Prozent zum letzten Mal. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, und jetzt greifen wir also an und haben zum ersten Mal eben die Möglichkeit, international zu spielen. Was leider halt jetzt auch bedeutet, dass ich automatisch bei der U19 zurückgetreten bin. Ich konnte es nicht mal irgendwie aussuchen. Aber ja, es wird sehr interessant. Der Verein hat, wie wahrscheinlich alle Klubs in Irland, wenig Geld. Aber es laufen auch viele Verträge aus, nämlich Ende Dezember. Deswegen kann da auf jeden Fall jetzt einiges an Bewegung reinkommen. Wichtig ist, dass wir jetzt in dem Part einfach mal den Einstieg ganz gut schaffen. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um uns vorzubereiten. Das ist gut so. Schöner Artikel über uns. Könnt ihr es uns kurz auf Pause drücken und euch durchlesen. So, Connor Davis. Dessen Vertrag läuft in zwölf Monaten aus. Zwölf Monate sind mir persönlich jetzt mal relativ egal. Hier sehen wir schon, dass wir es mit deutlich stärkeren Spielern zu tun haben. Roberto Lopez aus Cap Verde. Ah, okay. Innenverteidiger, Ergänzungsspieler. Gut, ich würde sagen, schlechte Finanzlage. Wir sollen unsere Jugendeinrichtung nutzen. Was ich gesehen habe, ist, dass ziemlich die Besten unserer Spieler sehr, sehr jung sind. Also wir haben hier einen. Ross King heißt der. Hat noch ein Jahr Vertrag. Da sehen wir, dass der körperlich gigantisch ist, mental richtig gut und technisch in Ordnung. Das wäre für mich eigentlich eher so ein Box-to-Box-Spieler fast. Aber zentrales Mittelfeld auf Support zum Beispiel oder so würde ich eigentlich auch ganz cool finden bei dem. Jetzt müssen wir mal überlegen, wer so die Stützen unseres Teams sein könnten. Das heißt, dass wir einen zentralen Mittelfeldspieler haben werden, das ist schon mal relativ naheliegend. Weil ohne spiele ich doch relativ selten. Dann haben wir eine sehr, sehr gute Nummer 1 im Tor. Der hat noch Vertrag bis 2,26. Und da sieht man, wie viel stärker so ein Club eigentlich ist, als die Finn Hubs. Also da sieht man auch, wie wir überperformed haben mit den Fins, muss man auch sagen. Also mit den Hubs, sagen wir so. Wir haben hier einen James Furlong. Der ist Superstar. Problem ist, da ist der Vertrag eigentlich schon ausgelaufen. Der spielt schon ohne Vertrag für Derry. 41.000. Kann man dem einen Vertrag anbieten? 49.000. Ich würde den eigentlich echt ganz gerne ein bisschen drücken wollen. Aber das wird nicht klappen. Der möchte nur für 49.000 bleiben, so wie es aussieht. Gut, müssen wir dann halt schauen. Der möchte mich anscheinend den Verein sowieso verlassen. Stephen Murray. Äh, Murphy. Ganz guter Zehner. Dean O'Neill, sensationeller Innenverteidiger. Sehr gutes Talent. Also da sehen wir schon, dass die richtig gute, junge Spieler haben. Auch hier einen super Stürmer, Neil Holmes. Also da ist echt Potenzial drin. Schaut euch die mentalen Fähigkeiten an. Da hat man echt zum ersten Mal das Gefühl, man trainiert eine richtige Fußballmannschaft. Wenn ich mir so die Positionen anschaue, würde sich auf jeden Fall etwas mit einem Dreier-Mittelfeld anbieten. Weil wir drei sehr starke zentrale Mittelfeldspieler haben. Vielleicht auch ein 4-2-3-1. Müssen wir schauen, je nachdem wie die offensiven Flügel sind. Weil die könnten, da scheint es so, als hätten wir jetzt gerade niemanden. Dann wen haben wir hier? Gary Boland. Volider Rechtsverteidiger. Connor McDermott. Gefällt mir etwas besser rechts hinten. Dann haben wir einen, der könnte rechts am Flügel spielen. Auch relativ gut. Was der FC Larn an einem Transfer interessiert, wäre ich wahrscheinlich nicht abgeneigt. Dann haben wir dann noch einen Rechtsverteidiger. Der ist 23, gefällt mir auch nicht so schlecht. Der Verzeihdiger Kevin Healy. Okay, schauen wir mal zuerst vielleicht darauf, welche Verträge auslaufen. Nehme ich der von dem hier zum Beispiel. Also der ist schon ausgelaufen. Dan Casey läuft aus. Finde ich jetzt ehrlich gesagt aber gar nicht so schlecht. Der ist mental in Ordnung, technisch in Ordnung und körperlich ganz gut. Könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, dass man so jemanden versucht zu halten. 19.000 verdient er jetzt. Der wäre mit weniger sogar zufrieden, so wie es aussieht. Die wollen überhaupt nicht verhandeln. Auch interessant. Dann noch mal Connor Davis. Den kann man auf jeden Fall gehen lassen. Dann Michael O'Connor. Wechselt mit 1.1. zu den Sligo Rovers. John Martin. Kann man auch gehen lassen. Da hätte man zwar eine Option. Ich wollte ihm jetzt nicht den Vertrag auflösen. Kann man aber glaube ich ziehen lassen. Da muss ich die Option nicht unbedingt ziehen. Dann haben wir noch William Fitzgerald. Kann man auch gehen lassen. Das heißt kurz gesagt, dass die Spieler hier, bei denen der Vertrag ausläuft, auf jeden Fall verschmerzbar sind. Da kann man ein ganz gutes Gerüst schaffen. Wie schaut es jetzt mit der Reserve aus? Okay. Beziehungsweise verlieren die Spieler. Da kommt ein relativ guter Stürmer zurück. Sehr talentiert. Neil Delvin. 11 Spiele, 7 Tore. Hat sich gut gemacht in der 2. Liga. Also bei Joe Guedder eigentlich war er. Connor Byrne. Gut. Weniger interessant. Die Reserve. Laufen da Verträge aus. Das wäre echt cool. Zumindest 4. U19. Lauft nicht wirklich was aus. Die U19 könnte man vielleicht sogar auflösen. Und die einfach in die Reserve ziehen. Damit das Ganze hier nicht zu viel wird. Schaut es mit dem Trainer dort aus. Der hat noch Vertrag bis 2. 25. Aber das könnte man uns überlegen. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Gut. Finanziell schaut es eben, haben wir eh schon kurz gesehen, nicht sonderlich gut aus. Aber das waren wir jetzt eigentlich eh schon überall gewohnt. Die Frage ist, wie könnten wir mit diesem Team spielen? Ich würde sagen, wir werden mal unseren eigenen Stil machen. Ich schaue jetzt mal, es könnte wirklich ein 4-3-3. Wobei wir haben keine offensiven Flügelspieler. Schauen wir nochmal ganz kurz. Also wenn man hier nach Fähigkeit sortiert. Wir haben eigentlich wirklich keine offensiven Flügelspieler. Man könnte eine enge Raute machen, wovon ich eigentlich kein Fan bin. Wie würdet ihr es machen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Ich erstelle jetzt mal den eigenen Stil und da ist halt jetzt die Frage. Dafür haben wir halt echt das Problem, dass wir zu wenige Mittelfeldspieler haben. Ich bin ein ganz guter Außenverteidiger. Also würde ich jetzt nicht unbedingt eine 3er-Kette machen, sondern zumindest eine 4er-Kette. Ja, so könnte man theoretisch spielen. Bin ich aber kein Fan von. Ich würde jetzt einfach mal versuchen zu schauen, wie sich es entwickelt. Auf dem Transfermarkt, bevor wir uns da jetzt irgendwie entscheiden. Also Dabrowski dürfte die klare Nummer 1 sein. Wie stark ist der Ersatzgeber Harkin? Ein junger Nordirer. Eigentlich ganz in Ordnung. So, dann werde ich hier nochmal auf Bericht gehen. Dann tue ich mir etwas leichter, glaube ich. Dass wir die stärksten Spieler zuerst aufstellen. Ross King. Gut, was kann der? Sehr gut passen. Guter Linksfuß. Vor allem auch mental sehr, sehr gut. Gut, der kommt mal auf die linke Seite. Dann haben wir einen sehr guten Linksverteidiger. Der ist aber hauptsächlich defensiv stark. Flanken 5, passen 11. Also das wird jetzt kein großer... Also da wird nicht viel Offensiv dran kommen von der Seite. Das heißt, wir werden da vorne einen Flügelspieler brauchen. Weil sonst, wenn du schon mit keinem Flügelspieler spielst, brauchst du sehr offensive Außenverteidiger. Das haben wir jetzt in dem Fall nicht. Steven Murphy finde ich sehr, sehr interessant. Weil er halt wirklich talentiert ist. Den schieben wir mal im Moment auf die 10. Würde auf Angreifen besser funktionieren. Ich würde ja mehr dribbeln. Dann bräuchte er mehr Antritt. Das kann er beides. Also das ist gut. So, Innenverteidiger O'Neill. Müssen wir nur auf die Seite schauen. Ist Rechtsfuß. Habe ich richtig erwischt. 20 Jahre jung. Dann haben wir den Holmes. Vorne als Stürmer. Arkin wäre dann jemand, der im Mittelfeld aufräumen könnte. Sowas brauchst du natürlich auch. Klassischer Ball erobernder Spieler. Finde ich auch okay. Dann hätten wir jetzt hier noch einen Crawford. Den könnte man super als Backup auch nehmen. Aber ist eigentlich Stammspieler. Ich würde einfach sagen, dass wir den Crawford als Backup nehmen. Im Moment mal. Ich schiebe ihn mal da hin. Weil ich versuche natürlich jede Position dann wieder doppelt zu besetzen. Wenn es irgendwie geht. Dann haben wir hier. Rechts hinten sind wir, wenn ich mich recht erinnere, etwas zu übertrieben besetzt. Also da gibt es eigentlich drei gute Spieler. Ich kann das mal ein bisschen kleiner machen, dass es übersichtlicher wird. Gary Bolan. Dann sehen wir hier den McDermott. Der eigentlich als Rechtsverteidiger geplant ist. Der kann auch ein bisschen nach vorne gehen, weil der hat die Skills dazu. Also über die rechte Seite kann man mit dem Außenverteidiger ein bisschen mehr machen. Dann haben wir hier Jamie McDonough. Der könnte rechts vorne spielen am Flügel. Da ist wer interessiert. Ah ja, der FC Lahlen war das. Wie gesagt, da sind wir nicht abgeneigt, weil vielleicht kannst du am Flügel noch bessere Spieler holen. Max Murphy. Der wäre ehrlich gesagt mein Ersatz mit 23 Jahren. Dann würde ich eher den anderen Außenverteidiger abgeben. Wo ist denn die Ersatzbank? Dann würde ich wieder so ab- und rausholen. Max Murphy. Passt. Dann wo ist denn der andere gewesen? Der andere Außenverteidiger. Max Murphy ist halt nicht der Offensivstärkste. Den würde ich dann abgeben versuchen. Hat erst kürzlich einen neuen Vertrag unterschrieben. Das heißt, den werden wir nicht wegbekommen wahrscheinlich, aber wir können es natürlich probieren. Vielleicht kriegen wir ihn auf Laiebasis weg. So, dann. Hili war noch ein ganz guter Innenverteidiger. Er ist auch Linksfuß. Das trifft sich natürlich auch gut. Der ist aktuell aus der Transferliste. Ich finde ihn jetzt nicht komplett uninteressant. Also ich würde ihn mal von der Liste nehmen. Hat er für eine Rolle? Rotationsspieler. Tatsächlich hat er sogar Schlüsselspieler gespielt. Ich würde ihn jetzt einfach mal einsetzen. Dann kann man eh schauen. Wir müssen sowieso dann mal Testspiele und so Zeug machen. Den Murphy haben wir schon auf der Bank. Haben wir echt zu wenige Verteidiger. Gibt ihn mal in die Reserve. So wenig Innenverteidiger. Da haben wir einen. Der ist 32. Das wäre so ein klassischer Backup eigentlich. So, den haben wir hier. Ja, der ist halt schon relativ lange bei Derry City. Ein bisschen eine Legende dort, aber eigentlich ziemlich uninteressant. Würde ich auch mal versuchen zu abzugeben. Ach so, da läuft der Vertrag hier schon aus. Mein Fehler, dann verschiebe ich den gleich in die Reserve, bevor ich es wieder irgendwie verwechselt oder so. So, dann haben wir Paisley. 20 Jahre, gutes Talent. Passt. Ist die Frage, ob wir den behalten oder verleihen. Das schauen wir uns dann an. Fitzgerald. Den können wir im Moment mal links ausnehmen. Da finde ich, der ist bei den Fähigkeiten, der wäre wahrscheinlich bei den Finn Harps absoluter Stammspieler. Hier ist er gerade mal der Ergänzungsspieler. Fitzgerald, den könnte man dann notgedrungen als Backup nehmen. Dann haben wir noch den Lennon. Den finde ich jetzt auch nicht wirklich interessant. Wäre bei den Finn Harps aber auch eigentlich ein ganz guter. Schieben wir auch mal in die Reserve. Dann haben wir den John Martin. Da läuft der Vertrag eh aus. Also dann schiebe ich ihn auch gleich rein. Können wir ein bisschen mehr Überblick haben. Und dann haben wir hier noch einen. Er könnte mal ein Talent werden. Dazu muss er sich aber steigern. Kann man auch versuchen zu verleihen, finde ich. Weil mit 20 kann man schon erwarten, dass der den nächsten Schritt macht. Ja, das heißt, was man hier so sieht, ja, haben wir einiges zu tun. Schauen wir hier noch mal kurz durch. Dann Casey. Da haben wir gesagt, der Vertrag läuft aus. Ich möchte beim Verein bleiben. Den würde ich als Backup eigentlich okay finden. Da haben wir eh schon angefragt. Stimmt, weiß schon wieder. Dann haben wir den O'Connor. Der sowieso wechselt. Den kann ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr verschieben, oder? Doch. Geht. Und den Duffers. Den kann man auch versuchen zu verkaufen. Aber das Krasse ist echt, dass der 210.000 Mark dort hat. Kann eigentlich nichts. Mal einfach schauen, dass wir den von der Liste kriegen, oder läuft da auch der Vertrag aus. Und ich habe nicht geschaut. Wäre auch möglich. Ja, und beim Paisley. Ist jetzt nicht uninteressant. Den nehmen wir mal zumindest auf. So, jetzt ist die Frage, wie wir spielen werden. Schauen wir mal auf die Stärken unserer Spieler. Also ein Holmes ist ein Knipser. Der ist körperlich sehr, sehr gut. In allen Belangen. Den kannst du auch hoch anspielen. Der ist ein richtig guter Stürmer. Knipserrolle ist okay für mich. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir den auch mit Bällen versorgen. McDonough kann. Geht so. Flanken. Fitzgerald ist sowieso nur zweite Wahl dann. Das heißt, da müssen wir aufpassen. McDonough. Ah, das ist noch immer der mit. Den merke ich mir irgendwie echt nicht, dass der Lahn interessiert ist. So, Stephen Murphy. Der ist selber einer, der dann eher in Richtung Box marschieren wird, weil er sehr gut dribbeln kann. Dafür ist der Abschluss eigentlich relativ schwach. Aber ich glaube, dass das ein sehr geiles Talent sein könnte. Er hat zehn Tore erzielt und sieben Assists gemacht in der letzten Saison. Das ist schon ganz cool. Dann haben wir den King. Der hat auch durchaus defensive Fähigkeiten. Deswegen finde ich den da hinten eigentlich ganz cool. Wer dem jetzt mal, sich mir bei dem eigentlich auch echt gut vorstellen könnte, wäre diese zurückgezogene Spielmacherrolle eigentlich. Kann er eh. Dann lassen wir ihn das einfach spielen. Dann kann er von da hinten das Spiel organisieren. Er attackiert alle. Hier, die im Zentrum, sind beide sehr aggressiv. Und vorne ziehen sie in Richtung Tor. Die beiden versorgen sie mit Flanken. Rechts könnte man das Hinterlaufen anstellen. Dann ist die Frage, ob ich ihn vielleicht sogar doch auf Support mitgehen lasse, weil wir haben da hinten einen, der auf Verteidigung ist, der sowieso hinten bleiben wird. Das könnte man sich überlegen. Ich werde auf jeden Fall auf Kontrolliert spielen, vielleicht sogar mehr. Körperlich dürften die Jungs eigentlich ganz in Ordnung sein. Könnten wir mal generell auf diesen Mannschaftsbericht schauen. Bericht des Co-Trainers. Talentierte Spieler. Sehr aggressiv, aber nicht über die Stränge. Kopfballtechnik ist gut. Sehr guter Einwurf. Was gibt es noch was Wichtiges? Die Spieler wissen, wie man tacklt. hohes Maß an Grundfitness. Das passt zu einer geilen Pressing-Taktik. Was ist unsere Schwäche? Wenig Transferbudget. In der Breite fehlt es an einigen Optionen. Elfmeter gehören nicht zur Stärke. Flair. Ecken gehören nicht zur Stärke. Beim Teamwork ist Luft nach oben. Freistöße keine Stärke. Physisch nicht die Stärksten. Okay. Aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall versuchen, hoch zu attackieren. Und ich glaube, dass die Jungs auch gar nicht so langsam sind. Wir könnten es vielleicht so machen. So in der Art. Dass hier halt der Abstand zwischen der Viererkette und den beiden ZMs nicht zu groß ist. Ich möchte ihn nicht unbedingt auf die 6 stellen, aber so könnte man es probieren. Torwart an kurzem Abspiel hindern. Würde den Torwart dazu provozieren, dass er den Ball rausschlägt. Können wir Kopfballduelle gewinnen? Sprunghöhe 14. Sprunghöhe 8. Eher nicht unbedingt. 12. 15. Könnte man durchaus machen. Aber ich finde es eigentlich okay. Der soll ruhig kurz abspielen und dann gehen wir voll drauf. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich es nicht noch aggressiver machen soll. Müssen wir uns überlegen. Wie schaut es mit dem Torhüter aus? Mitspielender Torwart. Auf Verteidigen kann er auch. Sehr gut. So im Ballbesitz. Also ich möchte mal grundsätzlich. Machen wir das zuerst gegen Pressing und nach Ballgewinnen kontern. Auf jeden Fall. Da sehen wir auch, dass der Linksverteidiger auf Verteidigen hinten bleiben wird. Grundsätzlich möchte ich einen geordneten Spielaufbau aus der Defensive. Diese Werte lasse ich hier mal auf Standard. Rechts werden wir hinterlaufen. Links mal nicht. Standards herausholen mache ich jetzt im Moment mal auch nicht, weil wir eben das Problem haben, dass die da scheinbar noch nicht so wirklich gut sind. Ja, jetzt steht mal grundsätzlich die Mannschaft so grob. Jetzt schaue ich hier nur nochmal kurz nach, ob die Mannschaft, ob ich da jetzt eh niemanden übersehen habe. Nicht, dass da irgendwo ein Vertrag ausläuft. Jetzt Sheralds Vertrag läuft eben aus. Ich glaube, mit 19.000, ja okay. Aber ich glaube, dass man da bessere Backups findet. Wäre nur so mein Gefühl. Ich glaube, den könnte man auslaufen lassen. Und Casey, ja. Werden wir sehen. Ja, lass mal, sag mal. Schauen wir, ob man es annimmt. Sonst wäre es grundsätzlich okay, dass man den verlängert. Der Rest hat noch Vertrag. Dass das passt. Jo. Taktik haben wir uns angeschaut. Mitarbeiter. Ai, und ich mache das jetzt tatsächlich. Ich schiebe die von der U19 hoch in die E11. Und dadurch könnte man dann theoretisch die Reserve auflösen. Das heißt, Brian Dorian ist als Trainer okay. Wenn haben wir hier, Brian Donnelly, der ist eigentlich stärker. Ja, ich lasse ihn mal. Weil sonst, dann haben wir wenigstens jemanden, der in den Wettbewerb aufstellt oder will er. Da stimmt sogar zu für eine Summe von 8.000. Ja, dann machen wir das so. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen eingespart. Wer übernimmt das? Unser Co-Trainer im Moment. Und Wellenanzeige schaltet man natürlich keine. So, dann gehen wir mal kurz auf die Mitarbeiteraufgaben, bevor ich es vergesse noch. Das ist vielleicht jetzt ganz am Anfang auch ganz wichtig. Also Mitarbeiter, Mannschaftsaufstellung, Reserve und U19 passt. Trainerteam stelle ich zusammen, auch für die Reserve und die U19. Scouting weist Scouts zu. Scouting Meetings muss ich auch nicht unbedingt machen. So, und da müsst ihr jedes Mal aufpassen. Sonst verlängern die Verträge und schließen Transfers für die zweite Mannschaft und die U19 ab. Medien möchte ich nicht unbedingt. Training der U19. Der Torwarttrainer leitet das Training der U19. Das will ich nicht unbedingt. Machen wir es so. Taktik. Gegneranweisungen macht auch der Co-Trainer. Und im Spiel selbst. Bei Testspiele brauchst du eigentlich keine vereinbaren. Das macht auch der Co-Trainer. Aber wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir da bei den Mitarbeitern vielleicht noch ein bisschen aufstocken, weil das ist deutlich zu wenig. Also wenn wir jetzt einfach mal auf eine neue Assistenztrainerstelle gehen, dann haben wir nur einen Chef-Scout. Wir haben keinen Datenanalysten. Wir haben keinen weiteren Scout, keinen Physio, keinen Chefsportwissenschaftler. ist halt die Frage, wie professionell man da arbeiten kann und wie viel Geld wir da für zur Verfügung haben. Ob sich das ausgeht oder nicht. Aber wir können mal schauen, ob wir da irgendwas zusammenkriegen. Wie schaut es bei der B11 aus mit den Mitarbeitern? Einen Trainer haben sie. Gut. Einen Co-Trainer könnte man ihnen theoretisch noch geben, aber das werden wir jetzt mal nicht machen. So. Der ist bei Cork City und der Vertrag. Sehr interessanter Keeper eigentlich. Aber da sind wir sehr gut aufgestellt. So. Die Frage ist, was können wir machen? Wir haben ein Scouting-Budget von 17.000. Wir haben jetzt nicht mal ganz Irland, sondern halt nur 1. und 2. Liga. Naja, wenn man so nachschaut, viel was geht sich eh nicht aus. Das zahlt sich nicht aus. Ich glaube, ich lasse das so von dem her. Dann schauen wir mal kurz Vertragstatus auslaufend. Also insgesamt würden 247 Spieler, denen der Vertrag ausläuft, zu uns wechseln. Insgesamt zu uns wechseln würden 758 Spieler. Das heißt, da sieht man mal, wie interessant der Klub jetzt plötzlich für andere ist. Wir müssen uns jetzt natürlich noch aufschreiben, auf welchen Positionen wir Spieler brauchen. Und mit wem wir planen und so weiter. Also wir sehen hier, die beiden Flügelpositionen sind kritisch Stürmer. Ja, so ein Chanking-Sales-Ersatz wäre schon ganz witzig. Aber auf jeden Fall mal die Flügelpositionen, die wären ganz, ganz wichtig. Da werde ich jetzt mal als erstes drauf schauen. Gibt es irgendwen, den wir empfohlen kriegen? Nein. So, dann gehen wir mal auf... Geben wir mal auf Marktwert. James English ist schon relativ alt. Da haben wir einen von Galway Connerberry. Finde ich jetzt gar nicht so interessant, muss ich sagen. Da haben wir einen auch von Shelburne. Finde ich auch nicht interessant. New York City FC, Alexander Ring, ein Finne. Ah, der, der bei Kasselslautern war, stimmt. Kommt eigentlich aus... Naja, war bei Leverkusen. Interessant. Ich werde jetzt mal versuchen, jemanden für die Flügelpositionen zu finden. Sporting Kansas City. Sehr cool. Da sind wir ja schon nur noch bei 28 Spielern. Ich ordne mal kurz nach Verein. Damit man vielleicht auch einschätzen kann, wie stark die sind. Shamrock Rose, das heißt, der hat in der zweiten Liga mit denen gespielt. Ist eigentlich ein richtig guter Spieler. Hier sollten wir mal scouten. Brandon Kavanagh. Dann haben wir mal Sascha Jahn. Franzose ohne Ehrgeiz. Da zeigen einige noch von kleineren Clubs. Kommt mal auf die rechte Seite. Das sind ja jetzt natürlich nur die, denen der Vertrag ausläuft. Das heißt, kurz gesagt, da haben wir natürlich noch deutlich andere Alternativen dann wahrscheinlich. Da ist nichts Interessantes dabei, um ehrlich zu sein. Warten wir mal ab. Nehmen wir jetzt generell mal das raus und dann schauen wir mal auf die Vereine. Also von den Proamiens. Daniel Grant. Das sieht nicht so interessant aus. Aber ich glaube, vor allem 28.000 verdient der im Moment, das ist doch relativ viel. Da haben wir einen relativ interessanten Spieler. Connor Levingston, 26 Jahre, gutes Alter. Linksfuß und zurückgezogener Spielmacher. Der könnte ein perfekter Backup links hinten sein. War Stammspieler, hat zwei Tore und einen Assist gemacht. Den finde ich eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Da ist bisher noch keiner interessiert. Dann Aiden Kina. Könnte ein Ersatzstürmer werden, weil da sind wir ja noch nicht ganz so gut aufgestellt. Jamie McGarff. Fünf Tore, sechs Assists im letzten Jahr. Ist schon 28. Ein McGrath, aber nicht so schlecht eigentlich. Links hinten war man auch nicht optimal besetzt, glaube ich. Den könnten wir uns auch noch anschauen. Innenverteidiger. Trahey. Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so interessant. Technik 1. Tom Murphy Torhüter. Ist okay, aber auch nicht aufregend. Dann auch Capintilli. Limerick, Shelburne. Finn Harbs Morrowind. Genau, den haben wir ja geliehen gehabt. Bei Galway läuft irgendwie relativ viel aus. Also ich würde da was unternehmen, glaube ich. So, Shamrock Rovers. Sligo Rovers. Wir haben die einen jungen US-Amerikaner im Zentrum, aber viel zu klein leider. Nick Serrano. Der ist auch nicht uninteressant. Verdienst 65.000. Da ist Atlanta dran momentan. Waterford und Wexford. Okay. Gut, dann würde ich sagen, biegen wir jetzt mal die normalen Sachen noch runter. Das heißt, Cork City macht Angebot für Connor Davies 13.000. Das wäre sogar sein Marktwert. Das Gute ist vor allem sein Gehalt. 53.000 würden wir uns sparen. Also da wäre ich mal sehr froh, wenn das klappen würde. Und dann sehen wir schon die erste Ausscheidungsrunde der Conference League. Wobei ich das auch geil finde. Wir sind doch im Dezember. Wann spielen denn wir dann international? Auf das habe ich noch gar nicht gedacht. Anders habe ich noch gar nicht gedacht. Der hat einen neuen Vertrag unterschrieben. War das vor meiner Zeit? Nein, hier ist Verträge drin. Oh oh. Egal. Wird schon gut gewesen sein. Also ich freue mich schon extrem auf die neue Saison. Ich bin schon gespannt, wie wir mit diesem Team arbeiten können. Schauen wir mal, wie es jetzt mit der Auslosung aussieht. Ab wann wir hier dann Spiele haben werden. Da ist nämlich noch nichts ausgelost. Die Duelle mit Finne Hubs werden natürlich irrsinnig brisant. Also es ist ja wirklich so. Die sind als Rivalen sogar eingetragen für uns. Aber gut. Ist jetzt glaube ich nicht so krass. Es ist jetzt nicht der Erzrival schlechthin, sondern Northwest Derby. Doch. Erzrival ist Linfield. Und das ist halt eins von Lokalrivale. Aber ich glaube, das ist jetzt keine Ahnung. Wie wenn du es in Österreich Sturm und Hartberg siehst. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Nordderby mit Holstein, Kiel und Bremen. Vielleicht kann man es da so beschreiben. Ich weiß nicht, wie das ist, aber so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Ja. Unterstützung für den Trainer ist nicht wirklich gut. Budgets. Transferbudget 10.000 und Gehaltsbudget 865.000. Ja, das heißt also quasi keines. Aber da kommen jetzt natürlich die ganzen auslaufenden Verträge noch weg. So, und dann machen wir kurz die Vorstellung. Ja, die sind eigentlich alle ganz nett. Erwartete Fragen. Nehmen wir teil. Total begeistert. Ich verstehe, dass sie nicht der Freude sind, aber ich habe die für mich absolut richtige Entscheidung getroffen. Sehr gute Atmosphäre hatten wir. Das ist unerlässlich. So. Werden wir alte Kollegen mitlotsen? Das weiß ich noch nicht. Checkt Potenzial im Verein. Muss ihnen beweisen, dass ich der Richtige bin für diesen Job. Wir werden uns ambitionierte Ziele setzen. Ja, wir müssen hart arbeiten dafür. Qualität der Mannschaft ist sehr gut. Keine Bedenken. Neil Haums als Mittelpunkt ist ja unser Stürmer. Er weiß, was ich von ihm sehen will. Wird der Kapitän bleiben? Habe ich noch nicht entschieden. Jamie Donau. Da äußere ich mich nicht dazu. Rein mit begrenzten Möglichkeiten. Eine hohe Transfersumme garantiert keine guten Spieler. Wo ist es? Ich weiß, ob da jetzt noch was kommt. Die anderen Bewerbungen natürlich erfolglos. Das passt eh. Da ist schon wieder. Wer macht da schon wieder Angebote? Ei, 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 ei. Da übersehe ich die ganze Zeit Sachen. Kann der was? Nein. Tagsangebot zurückziehen. Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Wir haben uns einen ersten guten Überblick über das Team gemacht. Ich glaube, dass das eine coole Geschichte wird, eine coole Saison wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Danke, dass ihr dabei seid. Und ja, wir sehen uns. Bis bald. Danke, ciao.